Red! Erschieß ihn! Albtraum, hm? Immer wieder... ...wär die nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zuhause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich versteh das. Glaub mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Wölfe rissen sie. Wölfe rissen sie. Ich versuch's, ich versuch's. Schnell an! Wölfe rissen sie. Wölfe rissen sie. Wölfe rissen sie. Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, Kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. In Deckung! Na los! Turner wird den Manövertrip auf den Platz führen. Unser Job? Unterstützungsfeuer von der Kirche aus! Noch Fragen? Gut! Ich hab ne Frage! Jetzt nichts, Stiles! Es fängt ein goldener Schlamm! Los jetzt! Ich glaube, er mag mich! Scheiße, Scheiße! Ich brauche Feuerschutz auf der linken Seite! Alle anderen flankieren rechts! Das Haus sichern! Die Kommission, sieh nach auch, Hayelo! Sieh über Bedenkung! Tja, Feuer! Da ist fertig! Da ist nichts! Da ist ein Action! Oh mein Gott! Du hast den Fall geh с Stiles! Ha! Du hast ihn auf den Fall gehst! Beidee, den Siehplatz! Die Aufmerksamkeit! Der Fall, der Fall ein Erdrupp, Handaktivität! Halt los! Halt los! Wo sie sind! Terminär dicht! Die Gäste reichen hinter dir! Terminär, den Kopf unten halten! Terminär dicht! Deutsche! Terminär dicht! Verwägung! Verwägung! Wir haben gehalten! Weck ihn! Deutsche Point! Ausverwärmen! Er hat erledigt! Die Päck. Sind wir ganz gut. Wagen nähern sich! Deutsche Puppe! Wagen! Alles klar! Anschein in Bewegung! Sie kommen in unsere Richtung! Deutsche voraus! Ausschwärm! Den Oberstieg hier! Abi! Wir haben irgendwas vor! Aus Bewegung! Ab ihn erwischen! Ab ihn erwischen! Jawors! 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 Fertig! Wagen! 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 Da raus, ich gebe Deckerung! Hört sie! Rauch da draußen! Feindaktivität! Yankee! Feier! Trauer da. Trauer da. Feuze wehren sich! Denzen Sie uns in jedes rechtlichen Fahrzeug! Beeilung, gelohnt! Wir drüben! Feindposition gesichert! Wir drüben! Wir drüben! Wir drüben! Wir drüben! Deutschland in Bewegung! Wir drüben! Wir drüben! Boah! Raubfesser vorraus! Ab sie denn nicht! Wir haben meine Granate! Wir drüben! Widerfliben! 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 Das gibt es doch gar nicht. Ach, da ist eine Granate. Wo kommt die jetzt hin? Abhauen! 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 Renate! Sie kommen aus dem Weg! Leitert im Test! Ich werde Hilfe gebrauchen! Hier! Brücken vor! Rücken die Signalrauch rüber! Bewegung vor! Brücken vor! Er ist tot! Er muss mit dem Weg! Sie kommen abhauen! Abhauen! Sie nähern sich im Süden! Sie nähern sich im Süden! Hilfe! 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 Ich habe dich! Verdammt! Verstanden! Wo sind sie hin? Sie müssen geflohen sein, als wir es gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Aufstocken, bevor wir zum... Scheiße! Let's geh im ersten Stock! Entdeckung! Hab ein! Runter! Die Deutsche von hinten! Rausscheibe! Rauswerfer! Weh auf die Granate! Und bleib uns flankieren! Ab ihn! Ich schieße jetzt! Ungeschützte Deutsche! Verhalten! 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 Den, der, den! Ich habe hier eine Feindsumassung! Die Feindsumassung! Verhalten! Ich muss nachladen! pacebehe! Aus dem hohen Hüttchen! Die Feindsumfarrs! Geh in die Ferne! Ich bin leer! Lade nach! Kontakt, ein Uhr! Okay, sicher. Die Kirche gehört uns. Daniels, diese Kanonen suchen! Gut, Daniels, Sie nehmen die Tür. Überprüfen Sie diese Tür, Daniels! Ja, was ist denn? Bewege mich zur Tür! Leute schießen unsere Jäger ab! Klaas, Karello! Rausdau, die Kanonen schocken! Gras, Archie! Daniels, Stiles, mitkommen! Wir geben vom Turmhaus Deckungsfeuer! Bin froh, dass du da oben aufpasst! Kein Druck! Keine Sorge, ich geb dir Deckung! Hoffentlich! Alle Mann, die Treppe rauf! Bewegung! Los, zur Leiter! Weg von dem Fenster! Wollt ihr unsere Position verraten? Ja, ist doch gut. Die hat hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein! Na los, rauf da! Auf Saschmin achten! Bereithalten! Okay, es geht los! Geben Sie Unterstützungsfeuer, damit Sie diese Flakten aushalten können! Deutsche, umbremden den Autor! So geht das! Erledigt! Nur noch eine! Schatten Sie die Deutschen aus den Sosmen den Weg zum Flakten sperren! Da, schüttchen im Gebäude! Der steht nicht mehr auf! Noch eine! Deutsche, linke Flanke! Da ist doch eine Flak auf dem Hof! Unbemann! Im Augebehalten! Wir sind in der Nähe! Flammenwerfer! Kümmern Sie sich um den Recht! Feuer! Sie haben ihn! Aushalten! Gesichert! Exakt! Ja! Geschafft! Sie haben sie festgenagelt! Halbkettenfahrzeuge fahren auf den Platz! Sie nageln unsere Jungs fest! Auf ihre Geschütze feuern! Erwischt! Konzentrieren! Gesichert! Sie kommen den Flaks näher! Deutsche auf den Dächern! Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen! Nur noch zwei! Da drüben hinfeuern! Sie werden von hinten beschaffen! Halbkettenfahrzeuge hinter Ihnen! Sie werden umstellt! Wer bewegt sich noch? Die Deutschen haben sie umstellt! Was verdammt war das? Es muss Töne sein! Du weitersuch! Geben Sie Deckung, damit Sie Sassmin helfen! Sie werden dann die zweite zerstört! Wohoo! Ich hab den! Ich rutsch ab! Nein! Achtung! Aus dem Weg da! Keine? Warum ist das immer von Scheiß, ey? Welche Taste ist keine? Ich hab den! Ich hab den! Ich rutsch ab! Nein! Ach so! Achtung! Aus dem Weg da! Schon wieder keine. Warum keine Taste? Hab ich überhaupt nicht was unge noticed. Alle, Mann raus, komm! Ich hab den! Ich rutsch ab! Nein! Achtung! Aus dem Weg da! Jetzt ist Leer, Toster. Oh! Oh! Ach! Arggh! Bebego! Ich hab da nicht aufgesprungen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe noch mehr Granaten, falls nötig. In Position halten! Greifen den Feind an! Gehen los! Sie brauchen Deckungsfeuer! Feuer, Schönen! Schweißerfeuer! Wir rücken von Süden vor! Hab extra Rauch und Granaten! Die Türme, die Treppe! Werfen an die Granate! Verstanden! Nein, Mannschaft! Direkt voraus! Linke, Flanke weg! Sie rücken von Süden vor! Sie rücken von Süden vor! Sie rohen auf 8 Uhr! Laden auf! Steuern, Helder! Hütte vor! Sie rücken! Sie rücken! Sie rücken! Die Türme, Jersan! Ich habe ihn im Visier. Er damit! Hier, Daniels! Wuhu! Und gemacht! Darum müssen Sie mich nicht zweimal finden. Er fahre in die Granate! Komm, kommt mir weg! Hey, wo are you guys? Sie bombardieren gleich unsere Position, wenn Sie das Ziel nicht blockieren. Wollen Sie ihn jetzt los? Wir kommen mit uns an! Wieder sich! Wollen Sie, dass Sie unsere Position bombardieren? Fein gesichtigt! Werfen Sie das roter Rauch-Signal, Daniels! Sie sind mehr gekommen! Die, die, die! Daniels, werfen Sie ein rotes Rauch-Signal und den Bereich für die P-7 und Schraubstiger zu markieren! Fein, Sie sind gegriffen! Sie laufen 12 Uhr! Werfen Sie auf! Fein, weg das Reichen! Fein, weg das Reichen! Sie sind zurück! Wir gehen jetzt zurück! Weiß die P-7 und Schraubstiger her! Los! weiß die Tür! Hier! Die P-7 und Schraubstiger kommen! Die P-7 und Schraubstiger kommen! Fein, die, sie sind davon? Ach, das ist doch da! Das ist doch da! Wir sindSarah! Ja! 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 Da! Ja! 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 Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Wenn die Hitlers Kopf auf ein Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay? Bin dabei.